Mich interessiert der Moment der Berührung, das Berühren und Berührtwerden, dabei nicht nur dem Anderen, sondern eben auch sich selbst die Grenzen des eigenen Körpers wahrnehmen. Das heißt, Haut spielt also auch für mich eine wesentliche Rolle. Das Wechselspiel zwischen Grenze und Kontaktfläche, zwischen innen und außen von Körpern, auch zwischen Intimität und Öffentlichkeit. Hier haben wir einen Hautausschnitt, der gezeigt wird. Mit Metalllettern wird eine Wortgruppe eingedrückt und das Video bleibt dann so lange, bis diese Worte verschwunden sind. Schon allein in der Inszenierung dieses Videos, dass man es auf ein Transparent projiziert und dann die Ebenen wechseln kann zwischen davor und dahinter, einfach die gespiegelten, also auch die Worte, die gespiegelt werden. Dass man selbst die Rollen wechseln kann, zwischen hinter der Haut, vor der Haut, aber auch die Frage ist, wer drückt was ein, was bei mir aufgedrückt, wo kommt das hier, ist das von innen oder von außen? Abonnieren, ihr seid zum Beispiel tracking. Bis zum nächsten Mal! T Pocket? Tschüss! Vielen Dank.